Wir sind das Team Berlin und wir repräsentieren den Tanzsport. Im Alltag sind wir normalerweise mit unseren Herren paarweise auf der Fläche unterwegs und sind im Einzeltanz aktiv, das heißt im Regelfall starten wir sogar gegeneinander und sind eher Konkurrenten, während wir beim Bundesmannschaftspokal dann endlich mal als Mannschaft auftreten. Wir sind das erste Team, dem es gelungen ist, den Bundesmannschaftspokal dreimal hintereinander zu gewinnen. Ein Paar aus unserem Team, die Sascha und der Gerd, die beide schon erfolgreich unterwegs sind, haben schon vier Deutsche Meisterschaftstitel errungen und sind auch schon bereits Vize-Weltmeister geworden. Tanzen ist eine wunderbare Sportart und in dieser Sportart sind wir einzeln und auch gemeinsam als Team erfolgreich. Und darum wählt uns Team 20!